Willkommen zurück zu Let's Playgoth 3 Götterdämmerung. Ja, mal wieder von der Arbeit gekommen und Lust gehabt, eine Runde zu zocken. Und ja, ähm, nicht wundern, wenn ich zwischenzeitlich etwas aufschreie. Ja, äh, ja, nein, äh, Erklärung dazu später, wenn überhaupt. Ja, äh, wo haben wir aufgehört? Wir haben uns in Teleport schon besorgt, wir haben die Spaßbügel gekillt. Und das stimmt doch gar nicht, oder? Also, es hat jemand gemeint, dass der Typ uns 25.000 Gold gestohlen hat. Hat er mir in den Kommentaren geschrieben. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der das jetzt wirklich gemacht hat oder nicht. Aber das soll mir jetzt auch egal sein. Hab so halbwegs genug Gold. Gold. Und dann hat mir noch Kackfisch, die... War's doch Kack... Nee, doch. War's Kackfisch? Nee, doch. Ich bin mir grad unsicher, Entschuldigung. Äh, geschrieben, dass er glaubt, dass die Waffen aus dem Grund da waren, dass ich mal den Marvin-Mode angemacht hab, weil ich cheaten musste. Äh, ich habe nachgeguckt, weil das wäre... Hätte ich nicht lustig gefunden. Und dann hätte ich das Geld wieder abgegeben oder sonstiges. Irgendwas hätte ich dann gemacht. Auf jeden Fall, es stimmt nicht. Denn, äh, die Waffen sind wirklich geplanterweise dort. Was keinen Sinn ergibt, aber es ist wirklich so, ja. Ja, die Sachen, diese Speere und sonstiges, was ich da aufgesammelt habe, in... Düppi-Dippo, war das noch gleich? In... Fah-Ring-Fah... Äh, nee, in Wengard. Was ich in Wengard alles aufgesammelt hab, das war gewollt. Von diesem Spiel, ja. Und deswegen, äh, ja. Hab ich da auch keine Bedenken mehr weiter hier, weiterzumachen und... Es... Waffensägen? Eine gesegnete Waffe verursacht mir Schattel... Ich kann Waffensägen. Wie geil ist das denn? Die ist geschärft, aber nur nicht gesegnet. Ich segne... Ich segne... Nein, ich schieb mir das auf. Also, äh... B-B-B-B-Fahring-Adea, Silden-Fahring-Fahring-Was? Wohin will ich? Fahring-Nein, was will ich denn Fahring? Gelder, nein, Gota, 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 da ist Gota, genau. Äh, äh, äh. Ja, liebe Leute, wenn ihr es genau wissen wollt, ich habe mir heute, glaube ich, mein Hinterteil geprellt. Boah, wie witzig. Ja, ich bin schon blöd. Aber es ist nicht witzig. Ich kann nicht immer mehr richtig sitzen. Ja, doch, kann ich wohl, aber... Na, egal, lassen wir das. Auf jeden Fall haben wir immer noch nicht komplett, aber fast 50.000 Gold. Und, äh, ich werde mir jetzt von irgendeinem Händler mal eben das restliche Geld geben lassen. Und ich sehe fast nur einen schwarzen Bildschirm, weil die Sonne mal wieder reinscheint. Und hier ist gerade überall Nacht ist. Und ich rede wieder unterbrochen, es tut mir sehr leid. Ähm, ja, liebe Leute, aber so bin ich teilweise. Und es ist bestätigt worden, ich habe noch... ...drei Tage zu arbeiten, äh, zwei Tage zu arbeiten, genau, noch zwei Tage, ja. Dann ist es für mich vorbei. Ja, heute mit meiner Schätzung geklärt. Und dann hat sich das auch... So, wir werden das aus dem Schwerd verkaufen. Wir werden das Schwerd verkaufen. Wir werden die Schwerder verkaufen. Das Schwerd verkaufen. Die Böken verkaufen. Und wir werden... Die... Ja, gute Frage, was haben wir denn noch? Die Bolzen da, wir verkaufen. Wir werden die Bolzen verkaufen. Wir werden hier auch so mit den Schwerd verkaufen. Ja, so mit den Schwerd verkaufen. Schwerd verkaufen. Schwerd verkaufen. Ja, den Park, was will ich damit? So, den schlechten Magierstab. Warum haben wir gar keinen Magierstab an? Hä, was soll denn der Scheiß? Helle Bade verkaufen. Rostige Streitachs verkaufen. Und bitte Gold dafür kriegen. Und das ist genau genug Gold, wo es man starb. Steckt die Waffe weg. Ja, war ja keine Absicht. Ja, verschwinde von hier. Halt. Keins. Erol. I want to talk with... Ich liebe diese Bugs. Ich liebe diese Bugs. Ich liebe diese Bugs. Ja gut, dann gehen wir mal eben schlafen. Geh nur Hunde schlafen. Nicht wundern, ich esse zwischendurch noch so ein paar Kinderriegel. Bis zum nächsten Morgen. Schlafen bitte. Ja, Kinderriegel. Schokolade mit Milch. Total gesund. Und, boah, denkt aber auch nur. Das ist das, was die Werbung euch eintrichtert, liebe Leute. Egal. Ich esse es trotzdem und mache ein Quick-Safe. Der dich will die Truhe ausräumen. Und der Pogra. Ich krieg erst mal sowas zu essen, deswegen... Goldbrockenmünzen, Flammenwelle, blablabla. Erol will mich... Erol, ich will dir doch das Geld geben, du Spaß. Ich will jetzt zu gorn, meine Fresse. Wie, nur kurz austreten? Ich trete gleich mal ganz lang aus, und zwar in deinem Hinterteil, mein lieber Freund. Blitzbeschwören, Silberpokal, Münzen und ich will da irgendwie über die Mauer. Goblinbeere im Holzbalken drin, integriert, ist für auch sehr geil. Ja. Na gut, könnte ich jetzt bitte, wenn ich mich zu gorn komme? Was ist mein Scheiß hier? Ich werde hier überall nur farsch ein Schmuck bekommen. Ja, wie gesagt, man kann eigentlich fast alle Truhen ausräumen. Was irgendwie ein bisschen unlogisches Überwachung nicht. Räumen wir doch mal so ziemlich alles hier aus. Willst du was kaufen? Na, 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 was hat. Ochs, wer kommt? Äh. Sie schützen einen Fisch. Willst du jetzt? Dann, dann. Was kannst du mir über... Ich hoffe, dass... Ich würde... Wenn Gorn das nächste Mal Trailies angraben. Wie lange brauchst du, um die Köpfe herzustecken? 30 Tage. Der Kopf muss getrocknet, gesäubert und in einen Heidrang eingelegt werden. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist absolut wichtig. Der die Reden gerade über irgendwas abgeschlagenen Köpfe, die man irgendwo einlegen soll und... Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Äh. Ich weiß nur nicht, wie es weitergehen soll. Halt. Kein Ding. He aut iş. Nochmal kickst du selbst. Wir müssen ja irgendwann mitdurchkommen oder nicht. Darf es jetzt durchgehen? Mein Freu puddlandscheid? Verehrte ich nicht für?' Nachher nicht sie optionsieren soll. Die Logik verstehe ich nicht? Gorn. Gruckt euch das an, Dängere Sachen. Aber Gorn ist nicht hier. Gorn. Nordmarer Rüstung, ja, ist klar. So, den Buchständer werden wir auch mal... Ups, Entschuldigung. Ja, egal, dann kann ich auch alles mitnehmen. Äh, wo ist Gorn? Als er bei Belia sah, was die Diener Innos taten, schau mir auf den Zorn. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Aber wo ist zum Teufel Gorn? Meiner 50, danke, ganz schön, kompostierbogen, danke, ganz schön. Wo ist... Ich versteh's nicht, wo ist Gorn? Leute, ist das jetzt wieder so ein toller Back, oder was? Nee, sag mal bitte nicht, dass... Auch kommen Sie zu Hause, oder? Schmuck. Hey, Gorn! Sollte, sollte nicht hier sein, der muss doch hier sein. Also ich bin mir ganz sicher, dass der... hier sein müsste. Ach komm, nee. Bau keinen Scheiß, Mordowitz. Hier steht was über Alchemie. Ja, danke, da gibt mir auch Alchemie. So, Moment, ich muss mir eben meine Kinderregel aufmachen. Hahaha. Ja. Du musst jetzt zuhören, wie ich hier schlemme. Ja. Ähm. Wascher, wascher, um... Birne, wascher, danke, danke, danke schön. Drohknacken auch auf. Und holen müssen wir es raus. Unmöglich. Unmögliches Schlösser knacken. Wo ist Gorn? Verdammte Hacke nochmal, wo ist Gorn? Verdammt. Ey, ich finde es also nicht mehr witzig. Wenn das jetzt wieder so ein Back ist, ne? Da fangen wir mal zu kotzen hier. Ja, wir plündern mal wieder alles hier, aber das bringt uns auch nichts, wenn wir Gorn nicht finden, liebe Leute. Okay, Episode geht noch zwei Minuten. Eventuell werde ich nach den zwei Minuten mal eben ins Internet gehen und gucken. Kein Schritt weiter. Sorry. Äh. Ja, ich, äh. Was ist denn das so einfach? Springe einfach mal drüber, weil dann seht ihr mich ja nicht. Ich bin unsichtbar. Unsichtbar. Oh mein Gott. Ich habe jetzt drei von den Klingen. Wie beknackt ist das der Mütter? Hey, was ist das hier? Äh. Guck dir das doch mal an. Gottausgleich. Lol. Ey, dieses Spiel ist echt merkwürdig, Leute. Ganz ehrlich. Apropos merkwürdig, wir werden nochmal in die Höhle gehen. Denn ich glaube, ich bin das letzte Mal den falschen Weg gegangen. So, Moment. Ja, nee, erstmal werde ich tun ausräumen. Ja, sehr schön. Da ist nichts mehr zu holen. Ja, du bist doch auch so und zu nichts mehr zu holen, ne? So, wenn man immer in der Fackel hier reinlaufen, weil ich glaube, da, wo der Teleportstein lag, da kann doch jetzt nicht nichts liegen, ne? Das ist hier was, ne? Hier ist nix. Wo war das denn? Da. Du, Kurt, wo ist das hier Teleportstein liegen? Hallo, aufheben. Hast du jetzt aufgehoben? Lol. Was war jetzt hier? War hier irgendwas? Ne. Schade. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder zwei Teleportsteine von Kota. Oh, nee. Moment, ist das zu Vengard? Dreh das. Da steht gar nichts dran. Okay, Moment, wir benutzen den mal eben. Während ich hier weiterkinder, Riegel fresse. Hahaha. Oh, noch zehn Sekunden. Dann ist diese Episode auch schon vorbei. Ja. Gut. Wir sind wieder in Vengard. Und ich mach Schluss für jetzt. Ich guck mal im Internet nach, ob es ein erfolgreicher Bug ist, dass Gorn nicht da ist. Also, bis nachher, Leute.